Ich muss jetzt mal hier Einheit in meine Gebäude setzen Nein, weiß ich genau, boah, die KI mit ihren Scheiß, rasch sie hier Ich würde gerne, wenn das möglich wäre, hier mal Kontrolle bleiben Das load ein bisschen down, aber das passt schon Ah, sie haben mein Kraftwerk eingenommen Oh Gott Was, was, ich hatte doch gespeichert, hatte ich nicht gespeichert? Ich hatte doch eben nochmal gespeichert, komm Oh, ich habe nicht gespeichert, geil Geil, gut, dann machen wir die Mission nochmal, weil sie so lustig war, geil Ich hatte doch, sonst habe ich nicht gespeichert So habe ich die Mission nicht einfach neu gestartet, gute Frage, nächste Frage Ach, jetzt komm schon Ich werde noch viel Spaß haben mit dem Spiel Viel Spaß Ich wollte mir so ein Normalspiel, weil es so schön einfach war In der nächsten Person hört es schon auf Da kommt das Spiel mit allem, was es zu bieten hat an Das ist halt schon in der dritten Mission Sackgasse, komm schon Kann ich die Abkürzung nehmen Sind ein Problem, noch Hausgemachte kommen Na, die Hausgemachten sind unbedeutend im Vergleich zu dem, was das Spiel mir nachher noch entgegenwirft Ich kann mich da Allein schon die Tatsache, dass ich mich an die dritte Mission noch erinnern kann Sagt doch schon alles, oder? Ich meine Ich habe doch gedacht, das war das Mission Ja, das war genau die Mission, an die ich mich erinnern kann Das ist halt Das Belasten, muss ich sagen Es gibt natürlich noch einen Weg und das ist der möglichst lange Leer, das funktioniert nicht zum Pausen machen Nein, dann werde ich nur Leute ab Ich kann das nicht abschalten Okay, warum ich das tun sollte Ja, ich möchte meine Lebensanzeige der Einheiten nicht sehen, das ist ja nervig Ich weiß ja, wie gut es ihnen geht Was soll ich denn mit der Information? Absurd Das ist ja absurd Das ist ja absurd Das braucht doch keiner Okay 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 Aber guck mal den Kummer, den geht mir auch immer Jetzt abschalten können, wie ich sie sehe Das war immer ganz schlecht. Aber würdest du manchmal nach oben... Leck mich doch einfach am Arsch. Gut, nehmen wir es dann nochmal an. Moment, jetzt erstmal kurz Steuerung. Das ist natürlich auch das Spieltempo. Das drehen wir jetzt erstmal ein bisschen runter. Jetzt kann ich... Es ist unerfüllt, okay. Ja, es kommt eine Nachricht an. Die kenne ich schon. Okay, jetzt speichern die aber wirklich. Okay, Schritt 1. Wir wollen in unsere... Oh, wow. Es ist halt auf der Stufe kaum noch spielbar. Wow. So, komm schon. Wo kann ich denn hier einheiten bauen? Kann ich überhaupt einheiten bauen? Ja. Ux, Robert. Ich gucke dich. Gut, und dann... Oh Gott. Wow. Wow. Das ist großartig grad. Die Spielgeschwindigkeit... ...dass es so berechnet wird. Top rein damit. Hallo, rein. Dann eben nicht rein. Dann geht ihr mal da rein. Wir sind zwei. Zweifel mal hoch. Ach, da passen wir auch nicht mehr rein. Ah, was macht ihr denn? Scheiße macht ihr. Ich seh schon. Ich seh schon. So. Du betrachtst Forschung, ne? Lange Strom hast... Ja, Plasma-Fusion-Zeit. Wir gewöhnen euch dann. Das hier werden wir, glaube ich, öfters... Oh Gott. Mein Gott. Was macht ihr denn? Was mach ich denn? Wow. Ich hab mir ein bisschen sehr weit links. Dann will ich aufhören, soweit links zu sein. Ich verliere euch, glaube ich, gerade. Ich will immer so ein bisschen zielgerichteter kämpfen. Ich muss das mal wieder speichern. Ich muss das nicht aufhören, wenn Frames gedrockt werden. So, also Steuerung ist natürlich auch die Spielgeschwindigkeit. Hm. Hier ist auch so Tiger Hellmaker kommen. Da kommen wir davon mal ein paar. Das ist ein 1. Ich hab kein 1 mehr. Ja. Die Materialschlacht? Nee. Ich kann mich erinnern. Ich hab' noch ein paar davon. Ich hab' auch keine 2 mehr. Äh... Nee, Moment, da will ich. Hallo. Fuck, Alter. Dieser Materialschlacht. Ich kann mich wieder erinnern. Einfach mehr. Einfach mehr. Einfach mehr bauen. Und hoffen, dass die Feinde wegen man das Geld ausgeht. Ich würde mal etwas konzentrierter feuern, das wäre ganz geil. Ja, ist schon geil, was hier abgeht. Es läuft richtig gut. Einfach mehr bauen. Einfach immer mehr bauen. Nee, nee. Nicht abbrechen jetzt. Das wäre jetzt schlecht. Ah, nein. Ich weiß nicht, wie viele Leute habe ich noch. Brauchen wir da ein paar. Ich weiß nicht, dass ich gleich irgendwas verliere. Ah, da sind noch 3 drin. Da ist noch voll besetzt. Wir hier mal. Und... Oh Gott. Die Musik läuft flüssig. Hört's aber auch schon auf. Ja... Halt jetzt schon die totale Materialschlacht. Das ist der Wahnsinn, dieses Spiel. Oh, jetzt bekommen wir jetzt auch die Musikprobleme. Ja, wenn's nicht so schnell läuft, ist das jetzt sehr, sehr gut. Dann habe ich Zeit, theoretisch zu reagieren. Oh, komm schon. Ich muss auch langsam mal die Ressourcen ausgehen. Na, Gott. Ich brauche mal schnell auf so ein paar davon. Ich brauche mal schnell auf so ein paar davon. Jetzt mal gebündelt drauf hier. Ja. Dann hätte ich aber auch Verteiligungszimmer da unten stehen. Wir machen fast schon was. Doch auch da rein. Oder versuchts wenigstens da rein zu kommen. Bin ich sicher, ob ich damit auch gleichzeitig meine eigenen Einheiten killen kann. Brozieren noch? Ich brozieren noch. Alles gut. Was ist da hinten los? Können wir jetzt bitte mal diesen Andrang an Gegnern auslöschen? Das fände ich so dezent geil. Also. So ein bisschen. Äh, was ist nochmal mein Missionsziel? Zerstören das Labor und übernehmen jetzt die zwei Bio-Sender. Ah. Ich brauche also am Schluss noch so ein bisschen Geld. Ah, es dünnt sich aus. Ich glaube ihnen gehen die Truppen aus. Gut. Hört man auf hier Mechs zu produzieren. Ich glaube ihnen gehen so langsam die Truppen aus. Wow. Dearshow. Hey. Das ist nicht schon auf der Maximalgeschwindigkeit. Also spielgeschwindigkeitstechnisch. Ich will es glaube ich gar nicht hören. Obselange die Musik noch flüssig läuft, heißt das läuft nicht an der Emulation. Es fließt halt einfach. Ein bisschen unperformant sage ich mal. Kommt immer noch so ein bisschen Infanterie an. Wo lauft ihr denn jetzt hin? Jungs. Jetzt guckt halt nicht einfach zu, sondern schießt mal mit euren Granaten. Ah. Irgendwie hat mir noch mal geschrieben, weil hier einer nicht mehr später bauen soll. Also noch einmal. Oh Gott. Guck mir noch Leute nach. Glaubst du es? Aber was kann ich denn noch so bauen? Nichts weiter. Ich glaube von Anfang will ich erst einen Hellmaker bauen. Später dann. Gleicht das Plasma? Ich weiß gar nicht mehr. Oder gab es vielleicht das Plasma? Irgendwas mit Plasma. Nicht die Fetten. Die ganz Fetten. Die kosten zu viel. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ach da unten habe ich noch Leute spielen. Für welche? Zivil 3. Kann ich euch auch da rein schicken? Ja. Geil. Dann mal rein mit euch. Was macht ihr denn da oben jetzt? Ich werde es aber mal schaffen diesen Kackpanzer da zu killen. Junge. Was haben wir da? Sift Building 2. Ah Moment. Bevor ich das jetzt in die Luft spreche. Vielleicht die Mission nochmal neu starten muss. Halte ich jetzt ein bisschen schwerer in Erinnerung. Aber gut. Ich kann mich später noch. Gut. Diesmal weiß ich auch so ungefähr. Wusste ich auch ungefähr was auf mich zukam. Von daher. Das ist natürlich verständlich. Das ist so einfach. Lauf jetzt mal drüber. Lauf jetzt mal zu. Ja. Und das jetzt. So könnte ich jetzt mal in diesen Kackpanzer. Junge. Wie viel hält denn dieser Turm aus? Ist auch schon da abartig. Gut. Äh. Steuerung. Spieltempo ist schon. Ist schon voll auf. Ja. Es wird nicht mehr flüssig. Er fürchte ich. Flüssige wird es nicht. Mal diesen Verteiligungstum noch zerstören. Bitte. Danke. Ich fürchte. Flüssige wird es nicht. Ich fürchte. Flüssige wird es nicht. Weil das glaube ich am Spiel sind. Das Spiel ist so. Bisschen problematisch. Können wir das mal. Gebäude da mal einnehmen. Danke. Okay. Ich soll das einnehmen und nicht drauf schließen. Können wir das bitte endlich mal einnehmen. Ja. Das wäre sehr gut. Aber Moment. Das gehört mir schon. Das gehört mir. Okay. 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 Jetzt ist es da kein Widerstand mehr. Wird es vielleicht besser wenn ich die Zyklenzahl nochmal ändere. Ja, es wird langsamer. Das Problem ist, wenn ich die Zügelzahl höher mache, wird es auch nicht so wirklich besser. Dann fängt die Musik an, irgendwann herum zu spacken. Was ist das hier? Fahrzeugfabrik. Wow, wo haben die Fahrzeuge her? Guck mal, ich habe einen Abbrimtenarten, was das für ein Zoll. So können wir das jetzt mal bitte einnehmen, wenn ich die Mission gewinne. Fangen die Statistiken. Ich glaube, die Aufnahme im Stream läuft gut. Vielleicht doch nicht. Okay. Dann muss ich noch ein paar bauen. Jetzt kommen das viele Leute raus, sag mal. Schlag das mal in die Luft, dieses Gebäude.